Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldus G3 im Githyanki verseuchten Tempel. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt auf uns reagieren hier. Äh, ich hab die Waffe nach der Woz sucht? Neee, lass mich durch, wenn ihr kämpft, wird das Böse vor euch ändern, 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 ah, äh, würde zum Barbar passen. Iggysyanki hasst doch Elisiden, ich habe den Beweis, dass sie eine Version durchführen, wir brauchen eure Hilfe. Oh, habe ich einen Beweis? Weiß ich nicht, mal gucken. Günstige Ausgangslage plus 3, oh ne 18 brauche ich. Oh, Moment, ich glaube danach wissen die, dass sie... Hm, könnte helfen. Eine göttliche Führung dazu. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, was wenn man so eine günstige Ausgangslage oder sowas Spezielles als Bonus hat und man speichert im Dialog, man reloadet, dass das dann weg ist danach. Wollen wir mal gucken. Ich hoffe mal, dass wir das 18 plus, das heißt wir müssen 15 oder so würfeln. 12, wenn wir hier gut würfeln, äh, es wird schwierig. Nein. Doch! Gerade so. Gerade so. Gut dass wir die Schriftrolle dabei hatten. Mhm. Konnte man hier nicht auch durch? Aber das ist verschlossen, okay. Aber da ist nämlich der Händler. Da würde ich jetzt schon ganz gerne hin. Die suchen noch irgendwas. Wegpunkt. Erstmal zum Händler. Da haben sie uns ja euch aber hier in die Lalla-Lexe-Kaverne abgeschoben hier. Oh. Blut. Rust. Sklar. Hm. Schick. So eine Autosortiertasche hat. Aber. Wahrscheinlich wird uns die auf unserem Weg hier nicht sonderlich über den Weg laufen. Andere Durchgänge vielleicht interessant. Bügelstärke. Jetzt zwölf Knochen. Fünf Gerzen. Fünf Gerzen. Ne. Feuerschild. Das können wir mal behalten. Das können wir noch verticken. Das können wir mal. Das geht von hier aus nicht. So. Ja. Was haben wir denn hier schönes? Handschuhe der Geschicklichkeit. Geschicklichkeitswert wird auf 18 erhöht. Wer es bereits darüber hat die Verzauberung keine Würfungen und angreifen plus eins. Das klingt doch mal gut. Können wir hier noch was verkaufen. Perle der Macht. Die können wir hin und wieder austauschen. Haben wir jetzt Langbogen und Kurzbogen geübt. Das ist sie sonst nicht. Das heißt wenn wir das wegnehmen. Können wir damit nicht mehr umgehen. Aber dann können wir ganz viel in Weisheit ballern. Wenn wir das haben mit ihr. Geben wir dann irgendwelche anderen. Weiß gar nicht. Ich guck das mal nach gerade. So. Wenn wir die ausziehen. Zack. So. Sind wir dann geübt da drin. Wir haben nur einfache Waffen. Wir haben nur einfache Waffen. Kurzbögen, leichte Armbrüste. Das war ja ihre Kriegswaffen Moment. Ne Kriegswaffen ist es auch nicht. Also wir müssten ihr dann leichte Armbrust. Oder Kurzbogen geben. Weisheit ist allerdings jetzt schon ziemlich stark. Aber wir könnten dann ein bisschen was auf Konstitution ballern. Unser Geschicklichkeits Limit ist eher auf 2 limitiert. Das heißt das einzige wofür wir es brauchen ist die Initiative. Und die die Sachen um Leute zu treffen. Und wir brauchen eine neue Fernkampfwaffe. Eine leichte Armbrust. Oder eine leichte Bogen. Aber das benutzt man nämlich hier ziemlich oft. Und damit wäre der hier eigentlich. Könnte er das denn gebrauchen? Er hat schon Geschicklichkeit 19. Da müssen wir mal einen Austausch finden. Dass wir den nur anziehen wenn wir Schlösser knacken. Aber er bleibt hier mit seiner Armbrust irgendwie am Gange. Also für ihn ist es auch keine Option. Ja du bist ja gerade in der Eulenbär-Variante. Und für ihn. Plus 1 auf Angriff wäre höchstens die Sache. Na ich glaube für sie ist es schon am angenehmsten um die Konstitution hoch zu kriegen. um auch dann die Konzentrationszauber aufrechterhalten zu können wenn sie dann einmal dann doch getroffen wird. Ja. Pristine. So gib mir das. Ich ziehe das mal an hier. Das tun wir mal. Das können wir für die Hauswähler nicht machen. Äh. So. Was haben wir denn hier noch? Träger plus 1 auf Zauberangriffswürfe. Deine Zauberfeinkampfangriffe werden als Zauber-Nahkampfangriffe ausgeführt. Wenn du dich in einer feindlichen gesinnten Kreatur befindest. Könnte was für Karlacht sein. Jetzt sehe ich gerade in der Eulenbärenform war da nicht was sie da schon hat. Was das Ding denn? 600. Wenn der Träger ein Zauber wirkt, der Konzentration verlangt, erhält er plus 8 temporäre Trefferpunkte. Das wiederum ist wieder was für sie. Aber links haben wir jetzt 3 temporäre Trefferpunkte für ein Ziel, wenn wir es heilen. Ich glaube das ist besser. Konzentration brauchen wir sonst. Mit Karlach vielleicht. Eher nicht. Unsichtbare Bedrohung. Diese Waffe ist unsichtbar solange sie geführt wird. Scheitert der Angriffswurf mit ihr. Also verliert sie die Eigenschaft für 2 Runden. Und was bringt mir das, dass sie unsichtbar ist? Irgendwie nix, ne? Ansonsten haben wir hier nur ein paar besondere Pfeile. Trank der höchsten Heilung nehmen wir mit. Das sind noch irgendwelche Tränke. Hier unten haben wir noch Tränke. Hier können wir noch was fertigen. Sumpfgras. Dun 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 dun. Unsichtbarkeit. Magische Waffe. Öl der Verkleinerung. Öl der Verkleinerung. Die Bosheit. Mhm. Holen wir uns jetzt nochmal ein paar Pfeile dazu. Schadet ja nicht, wenn man ein paar Pfeile hat. So. Haben wir hier noch. Großen Knüppel. Pfeile des humanoiden tötens. Extra Stichschaden, ne? Metall Dinger töten. Pfeile der Fehlen Ziele bewirkt bei drei weiteren Zielen. Ja. Durchbricht die Konzentration des Spiels, des Ziels und lässt es verstummen. Auch nice. Befreie das Ziel von vergiftet, gelähmt und blind. Boah. Bedrohung. Äh, das soll das mit dem Unsichtbarsein. Ein Flegel. Meh. Meh. Ja. Soweit. Kann auch noch irgendwas? Ja, hier. Du hast sonst nix mehr. Weil das ist echt Mistenfeuer. Naja, das behalten wir auch mal. Okay. Donnerpfeile können wir auch nochmal Backup besorgen. So. Schriftrolle Verwirrung. Frage ist, ob wir das jetzt hier mitnehmen oder nicht. Für 600. Hier haben wir auch noch ein Kurzschwert. Was aber keiner von uns. Er könnte das vielleicht benutzen. Ist kurzschwert. Bis bei Angriffswürfen gegen leicht oder komplett Verscheid ist erzielt im Vorteil. Wenn der Anwender erzielt einen kritischen Treffer, wenn er eine 19 würfelt. Wenn er höchstens 2 Schaden würfelt, wird er nicht gewürfelt. Besserer Crit. Mhm. 1200, dann wäre aber blank, ne? Hm. Nimm es trotzdem mit. 3 plus 1. 3 plus 1. Passt doch gerade irgendwie ein bisschen zu ihm. So. Jedenfalls mache ich coole Sachen. So und dann müssen wir nochmal hier. Ein bisschen umsortieren. Wenn wir uns Pfeile irgendwie auf eine Ebene bringen. Und die auch mal benutzen wahrscheinlich. Sumpfgras. Und hier hatten wir doch irgendwo noch so ein Ding. Die Schaden Israeli. Oh, das denkt nicht das Selbe. Ehhhhh. Irgendwie hatte doch noch was. Was wir rüber schieben könnten. Hier zu ihm. ich weiß aber nicht mehr wer die Bomben da ist noch eine leichte Armbrust drin gut dass wir die mit haben so den tun wir mal ins Lager die behalten wir die tun wir ins Lager und das können wir auch ins Lager tun hätte man auch gut benutzen können jetzt hier für die für das Junkie Kloster das heißt die uns nicht rein gelassen hätten hier ist eine edle Truhe naja gut hier darf ich nichts anfassen wollen wir mit ein paar Leuten reden mhm mhm Wir können die Erkrankung aus der Tauern geben, wenn Sie uns... Quiet! Findet die Astral Prism, Therazin. Meine Patience verletzt. Ja, Chirai. Du hast ihn gehört? Geh! Geh wie sie sagt. Sie bleibt dein Kithrak. Für jetzt. Hm? Da laufen sie. Also, die Soldaten wollen Moonrise angreifen. Aber der Typ will das nicht. Oh nein. Ich liebe Wolfen. Ich wusste nicht, dass du in den Wolfen kämpfst. Wartet mal. Hätte sie die Handschuhe jetzt nicht wegtun sollen erstmal. Mhm. Ich glaube, dass du nicht so gut fühlst bin. Sie sind schreckliche Predatoren mit Fangen wie Dagen. Es ist kaum ein Rationales Angst zu haben. Du hast mich rechtlich gesehen. Vielleicht, wenn du kannst, nicht mehr von ihnen machen. Zumindest nicht alleine. Wir können uns schwer nicht erlauben, Schwäche zu zeigen. Wölfe wirklich sind nur große Hunde mit schlechten Manieren. Hm. Ne, wir sind mal nett. Danke. Ich hatte eine Gefühl, dass du das verstehen würdest. Wölfe dieser Verlust ist nicht neben dir. Das stimmt. Ich kann nicht ausziehen. Ich kannes aus dem Dub cleansen. Ich finde es ein honourer Ort. Ich denke, dass ich dir meine Dankehe. Ich bin Heroin. Wahrscheinlich, dass ich dies nicht ohne dir etwas zu verdienen. In allen Punkten. Das ist nicht so. Das wäre definitiv das, was ich ausgegeben. In den Unterdark. Ich denke. Vielleicht wird es auf den Dunkeln verbunden, Die Justicier. Das ist kein Verständnis, ich bin sicher. Ich muss einen Augenblick auf mehr Zeichen. Learn mehr über die Justicier-Presence in diesen Landen. Es könnte sein wichtig sein. Wie lange ich mit Lady Shah praye, ich will sie als eine dunkle Justicier-Presence. Es gibt gar nicht eine bessere Weise, um sich vollständig an die Lady Shah zu bedenken. Es ist sicher, wenn du sie die Kirche geworden bist. Ja ich will, was dir das? Alle Begriffe, die wir bisher hatten, vielleicht? Ich werde die Augen abzuhren. Okay, was ist in deinem Kopf? Wie bist du? Wie bist du auf der Begriffe? Bleib nicht so nett. Ich kann nicht mich erinnern, die letzte Mal, wo ich jemanden mit dir geschah. Ja, bin ja auch ein Barbaren geworden, ne? So, dann quatschen wir mal mit der Kerli hier. Beschreibt mir die Waffe, die ihr sucht. Hm, es ist eine Gedankenschinder-Invasion im Gange, warum ist das nicht eure Priorität? Was ist so wichtig an dieser Waffe? Ja, ist es. Wendet euch gegen den Inquisitor. Warum haben wir das nicht hier als Option? Wie sieht die Waffe aus? Angular, Metal, Adorned with Tiersu's Script. Stolen by true soul heretics. Du sensst, Shadowheart's Worry. This weapon sounds like the artifact you carry. Was das Look? Du weißt, was du? Du weißt, was hast du? Du hast es? Ich bin nicht gut im Täuschen. Aber ich will es ihnen auch nicht geben. Aber ich glaube, das ist die einzige Chance, zu diesem komischen Inquisitor vorgelassen zu werden. Weil wenn ich jetzt sage, ich weiß davon nichts, dann endet ja quasi die Diskussion hier. Ich speichere mal ab und gucke mal, ob ich das Täuschen überhaupt schaffe. 16. Ich habe wieder eine günstige Ausgangslage. Diesmal aber keine Scroll mehr. Passt. Gerade so. Ein Hoch auf göttliche Fügung. Was gibt es denn noch gleich in so einer Belohnung? Oha. Ja, habe ich mir gedacht, dass es jetzt vorbei ist. Wir gehen uns erstmal noch ein bisschen umgucken. Better noch E-Cast. Was ist denn, wenn sie nicht die Füße finden? Wir wissen, dass wir... Ein Istig? Aber... Aber du kannst nicht hier sein. Ich kann nicht mit dir sehen. Du wirst du schreit. Quannierell. Die Inquisition hat mehr zu beschäftigen, als du du in den Korridoren hast. Sicher? Ich gehöre zur Inquisition. Worüber habt ihr geschwatzt? Raus damit. Warum müsst ihr die Inquisition hier raus haben? Sonst betrüglich soll ich auch solche raus sein. Ich bin schlecht im Täuschen. Aber ist das eine gute Ausflug? Andererseits wissen wir ja eigentlich schon. Was die Sache ist. Meine Können Augen und Körpersílern. Sie sind sie will, die Inquartige. Und jetzt sind sie hier. Sie? Ich habe gesagt, nichts zu worry sch?", Sie sind in ihrenrendings. Sie durch die Hintergrund. Hmm. Und ein neues Gesicht auf das Porträt mal. Geschichte. Bin ich nicht gut drin. Oh, 21. Das geht nix. Fast. Mal hier, Carla, mach dich mal. So, und dann gucken wir jetzt mal, wer gut ist in Geschichte. Ich glaube keiner von uns. Geschichte plus 2. Minus 1. Plus 3. Okay. Carla. Wie wär's mal? Guck dir das mal an. Ah ja, und sie hat da auch noch das Stirn mit der Intelligenz an. Göttliche Fügung. Yes. Yes. Was haben wir denn da? Mhm. Mhm. Hm. Hm. So. Wer ist jetzt so geschickt, dass du von Wunderns? Astarium. Oh, das passt auch zu Astarium. Das ist ja ein neues Gesicht drauf. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, 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 ja. Mal mal ein neues Gesicht drauf. Ja. Aber so ein geiles Gesicht. Also sowas hat man noch nie gesehen. Ich hab mal das Porträt. Ja. Ja. Einfach mal das Porträt der Göttin dieser Leute hier. Was ist passiert? Ich glaube nicht, dass er sich darum kümmert. Nicht? Ich glaube schon. Hallo? Nicht jetzt, Kachucki. Wir sind beschäftigt. Was möchtest du wissen? Nein. Hier hören, ihr kleinen Landplagen. Ich sollte aufhören. Wohin. 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 Wenn du ein großer Baby bist. Ein großer Baby aus dem. Ein großer Baby aus dem. Es ist alles dein. Ich hab's gegönes und lieb. Trust my one. With pleasure. Pidin. Aaaah. Ein Gemischke. Und irgendwie fanden wir das jetzt nicht geil. Und hier ist der Ring. Nein, ich bin besonders hübsch. Ja. Ja, ja, mach mal. Danke, wer bist denn du? Was tut ihr da? Und die wollen alle nicht mit mir reden. Hallo? Was haben wir denn hier? Was? Du hast doch gerade geguckt hier. Äh, abschalten. Ja, genau. Genau. Da ist noch eins. Äh, 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 äh. Parasite brimming with magic. Vertical incision from pineal eye to end of notochord. Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? Hmm. Ebt der Wirt? Ist es Dings noch? Eine sehr spezifische Frage. Eine, die eine mehr persönliche Motivation zu fragen. Ich kann nur wählen. Du hast eine Parasite von deinem eigenen. Hmm. Hmm. Oh. You must be desperate. To seek my aid. Tell me. How long have you been infected? Fascinating. So you're conscious of your infection. But showing no signs of cerebral impairment. Either your tadpole is special. Or you are. We must find out which. Go to the safest. I will ensure you are cured. Uh. It will relieve you of the specimen lodged in your cerebral cortex. What else? It will be worth it. I assure you. Hmm. Even Githyanki rarely experiences a Zathisk. You are very lucky, isn't it? Hmm. 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 This unnatural device offers your best chance at purification. You feel your parasites stare. Hm. aber ihr wollt das sehen ihr wollt das sehen ist es nicht für gnome gemacht body grows cold its forms sapped by the cold metal seat the machine awakens you must focus on the parasite at all times the safe is good at rest Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Blitzendes Band, ja Barbarischer Erfolg Blitzendes Band, ja Blitzendes Band, ja Blitzendes Band, ja Blitzendes Band, ja Hmm. Nee. Feels yourself back deep While the parasite only grows stronger It's evolving Feels yourself abbing away While the parasite only grows stronger It's evolving That's it, you're almost there Der Zethisk niemals verliert. Der Zethisk trägt für den Kreatur, für jede Partie von dir, tainted durch ihre Presence. Du wirst du verletzt. Der Tadpole quivert. Eine andere Magik ist in der Mitte. Dieser ist ancient. Roten. Nein! Nein mehr! Hm. Das ist echt spannend. Das hatte ich bisher noch nie. Wir speichern nochmal. Baba! Konstitution Übungen. Ja, 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 ja. Ja! Easy! Baba! Und gleich zack, tot. Du wirst dich in der Tadpole's putrid magic. Its strength multiplied. Es unleashes auf der Maschine. Die zwei Forces füge violently zusammen. Deine Körper, ihre conduit. Deine Körper und der Mind driften. Du bist nicht fertig. Enough! The room swims back into focus. Your mind is intact, yet unfamiliar. Inside it, the Tadpole lives on. And you feel.. different. No! No! The Zadisk! What have you done? My life's work, gone. And yet you live. And so does your parasite. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Hmm. Incredible. Your parasite is even stronger now. Is there? Hmm. Moving in. A parasite. Take it. It might be useful. Conrisc being an open view. On tippy toes. Like a race. Locked in. That's rarely good news. Locked in. That's rarely good news. Hmm. Don't linger. Certainly. Don't linger. Hmm. Hmm. Dorsuchen wir das mal. Hmm. Smoke rises like hot breath. But whatever semblance of life once powered the Zadisk is gone. Hmm. Let's get going. mmm. Hey. Er hat uns immer eingeschlossen. jetzt sind sie feindlich ich glaube das sehen wir dann beim nächsten mal gegen die kranken station kämpfen vielen dank fürs zuschauen bis dann tschüss